So, grüß dich! Auf Wunsch gibt es heute ein Sie-wünschen-wir-spielen. Auch ein Fingerspiel, das du gut kannst und das du gerne magst. Das ist immer sehr lustig. Also, los geht's! Langsam geht der Vorhaben auf und der Kasperl schaut heraus. Guten Tag meine Damen, guten Tag meine Herren, habt ihr auch alle das Kasperle gern? Jetzt rufe ich mir den Seppel her. Seppel! Seppel! Wir schlagen uns und wir vertragen uns und machen so manch lustigen Streich. Oh weh, oh weh, da kommt die Hexe gleich. Ich bin die Hexe Höckerbein, Der Kasperl soll verzaubert sein. Nein, nein, Hexe, da wird nichts draus. Marsch, marsch mit dir ins Hexenhaus. Da kommt das große Krokodil, das meinen Kasperl fressen will. Ganz leise hat es sich herangeduckst und schwupps, mein Kasperle verschluckt. Der Kasperl wackelt eidetaus und wackelt hinten wieder raus. Nein, nein, Krokodil, das war zu viel. Marsch, marsch mit dir hinunter an den Nil. Jetzt rufe ich mir mein Gretel ein. Gretel, Gretel, zusammen wollen wir fröhlich sein. Wir tanzen lustig dralalala und sind auf einmal nicht mehr da. Klingelingelingelingeling. Schhhh! 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 Schicked. Schick.